Servus liebe Leute, heute öffnen wir mal vier Kisten, also alle Kisten, die hier so rumfahren. Alle Kisten öffnen, da heißt die Folge wahrscheinlich und wir öffnen sie einfach mal, fangen wir mal ganz leicht an mit der Free Chest an. Ist nicht wirklich interessant, um ehrlich zu sein, 67 Gold ist lächerlich, Gold Karte, Rare Karte viel mehr und ne Silver Druid, kann man da eigentlich auch ne legendäre ziehen, ich glaub mal nicht. Die Karten sind lächerlich und wir werden da noch ein, zwei Fights vielleicht machen. Habt ein neues Deck, wie ihr bestimmt schon im vorigen Video oder sowas gesehen habt, mal schauen. Vielleicht auch nicht, kann ja auch sein. Uh, episch. Oh, Goblin Barrel, cool. Immerhin mal wieder ne epische Karte, ich würd sagen, ein Live Battle machen wir mal und schauen wir mal, ob wir da was reißen können. Boah, ich muss das Aufnahmegerät, mein Tablet ein bisschen umstellen, es spiegeln, unfassbar. Hm, ich sehe fast nichts, hm, Problem. Ich schick immer eigentlich gerne was vor, aber, ja, die Minion schicken wir mal hier hin. Hau mal rüber und unser Tower warst schon down, kranke Scheiße auf jeden Fall. Naja, war auf jeden Fall ein guter Anfangspull vom Gegner. Wir werden auf jeden Fall hier die Goblin Barrel hinpflanzen, weil ich mir sicher bin, dass er keinen Spiegel hat und wahrscheinlich auch keinen Feuerball. Deshalb werden wir hier auch richtig Damage am Tower machen. Ist auf jeden Fall mal gut gelaufen. Haben ein bisschen Schaden gemacht. Sehr gut sieht das schon mal aus. Und natürlich stoppen wir jetzt mal den Mini-Packer und die Goblin-Horde. Das ist das Geile an dem Deck. Er muss seine Pfeile ja natürlich verwenden für irgendwas und er muss sich halt entscheiden für was. Das ist immer die Frage, für was er sich dann wirklich entscheidet letztendlich. Und der Entferner wird gesetzt, dass der Schweinereiter wirklich hier Probleme kriegt. Natürlich überlegt der das auch sehr gut und wir setzen unseren Schweinereiter. Sollte der, ach Scheiße, jetzt muss er gerade den Bombentau setzen, der Spasti. Ach man, der Mongo, der Gegner. So ein Spast, ey. Wunderbar sieht es eigentlich aus. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. Wie machen wir es? Wo setzen wir die Goblin Barrel hin? Ich würde sagen, wir setzen erstmal die Larkain von dem Bombentau oder nicht. Ach komm, greifen wir mal mit dem Goblinfass an. Goblinfass und danach setzen wir gleich die Minions. Er kann sie nicht abwehren, das ist schon mal richtig, richtig geil. Minions. Jumping-Jungs. Wie ihr wollt, nennt sie Jumping-Jungs, nennt sie Minions, gerade egal. Und er kann sie nicht abwehren, das ist so episch. Ach, er hat einen Freezer bei. Jetzt haben wir doch ein Problem. Werden trotzdem ein bisschen Schaden machen, auf jeden Fall. Und ja, sieht auf jeden Fall mal ziemlich, ziemlich gut aus. Meine ich jetzt auf jeden Fall mal. Und ja, die Skelette werden jetzt hierher gemacht. Tut kein Abbruch, denn wir sollten den Tower... Aber was, wir kommen den Tower nicht. Feuerball, boom. Haben das Ding fast down. Er hat seine Pfeile gesetzt. Das heißt, wir können jetzt eigentlich ohne Probleme das Ding wegholen. Sollten wir eigentlich das Ding wegholen. Und? Nein. Okay, wir setzen hier die Pfeile drauf und schützen dann einfach alles, was wir haben. Aber ich glaube, ihm reichen die Pfeile auch. Also, wir brauchen noch den rechten Tower möglichst, dass das auch wirklich was wird. Er holt sich jetzt den Tower hier weg. Er hat die Pfeile jetzt sozusagen verschwendet, geopfert, um hier den Tower zu holen. War vielleicht ein Fehler. Kann man mal sehen, wie man will. Jetzt auf jeden Fall ist er anfällig hinten mit meinen Minions und meinen... Ach Gott. Wieso freest denn der Säckel da immer? Das mag ich ja mal gar nicht. Jetzt... Ah, komm, Hog Rider, nein. Warum laust du links hin? Der Fachidiot. Oh, Hog Rider. Ich will eigentlich, dass er seine Pfeile setzt. Perfekt. Pfeile sind gesetzt. Und wir kommen... Ach Gott, Goblin fast ganz vergessen. Minion Horde. Auf jeden Fall mal Minion Horde reinpflanzen. Minion Horde kann nicht schaden, wie gesagt. Und die machen eiskalt das ganze Ding am Arsch. Und jetzt müsste es eigentlich gut aussehen. Jetzt müsste es sehr gut aussehen. Pascal, komm. 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 Perfekt Sieg. Good Game, Bro. Good Game, Bro. Good Game, Bro. Die Taktik finde ich echt überragend. Ich weiß nicht. Vielleicht komme ich damit ja mit... Auf 5 Millionen Pokale. Ja, klar. Sicher nicht. Golden Chest. Voll okay. Auf jeden Fall. Wer hat es das für die Folge? Jungs, haut mal kräftig rein. Like-Button vergewaltigen bitte. Und ja. Wir sehen uns bei einer weiteren Folge. Let's Play Clash Royale. Haut rein. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao, ciao.